ja hallo ich denke ihr konnte bis jetzt schon gar nicht schlafen weil wir nur zehn minuten haben um die notfallunterbrechung einzuleiten weil sonst die rakete hier losfliegt und der key to beating the giant dinosaur is to use a flammable gas energy injection terminal ja das haben wir uns schon gedacht dass dem so ist wir sehen aber auch gar nicht so viel muss ich sagen da ist ein großer dino im weg diese device zu füllen ja 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 können wir das nicht irgendwie anfangen ah bewusst die verläuft dem ziel Heute ja es ist klar klar muss da nein die weg da runter kann ich nicht da muss ich mal weg jetzt berühmte ich doch nicht so an heute berühmte hier stehst du wohl auf ein kopf hat ok das war noch mal 2000 punkte aber muss ich eigentlich nur zwischen den beiden hin und her mal quasi einen zustand zu erreichen dass das ding dahinten hoch geht es tut so weit auf jeden fall erstmal ganz gut wir haben gleich die erste minute aber schon rum das ist natürlich nicht so gut ja jetzt hat er uns wieder mal böse angebrüllt aber dahinten sieht man auch überhaupt nichts könnte auch nicht ausweichen das geht mal gar nicht mal gut wir können ihm da schön reinhauen das nette ist er kriegt auf jeden fall immer wirklich immer 2000 punkte wenn wir ihm geben was durchaus sexy angelegenheit ist ach scheiße das war gepennt nein sind das an danke jetzt muss ich aber einmal kurz hier hingehen ja das werden wir jetzt mal so haben so damit sind wir noch bei achten halb minuten und ist nicht auf zwei minuten ausgelegt der kampf sondern auf anderthalb 30.000 punkte und die 2.000 jahre ist so eine nette geschichte tatsächlich ich glaube etwas an es ist ja es ist ja inzwischen sequenzen für stürmer Geht ja keine Zeit. So, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil wir noch ein bisschen Platz haben. Madpack M ist ja auch nicht das Schlimmste. Reibungswand. Ich meine, das Schlimmste eh nicht, aber nicht das Schlechtes, aber scheiße. Jetzt möchte ich das erste nicht lesen. Programme to restart. The power is displayed on the screen. Will you restart the program? Yes. Oh nein. Das kennen wir ja schon. Mach weg. Ja. Du darfst doch treffen. Das in der Third Energy war quasi nur zu warm werden. Jetzt haben wir es mit 5 und unter Zeitdruck. Ah, toll. Ja, will ich. Den trifft die nicht. Oh, das war aber mehr als knapp. Der war ja quasi schon wieder rot. Oh, das war knapp. Ach, fickt euch. Ich hab doch nur keine Zeit hier. Das Muster scheint dasselbe zu sein, das hier immer wieder kommt. Ja, bist du denn noch ganz zu retten hier? Du musst auch treffen. Obwohl, den hatte ich glaube ich noch gar nicht. Ah, sehr gut. Beide gleichzeitig. Sehr guter Move. Oh, scheiße. Eigentlich zu weit weggerannt. Der wird mir nachhaken. Der wird mir nach. Ah, nein. Ah, so einfach. Mit dem beginnt irgendwie alles, ne? Ich kann ehrlich sagen, wer so ein System hier baut, der gehört eigentlich von Horn. Sag mal, eigentlich liefst du mit dem Dino ganz gut. Unser Glück. Oi, 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 oi. Ja, bitte bist du denn... Hä? Ob der wo passte? Ich kann mich noch ein bisschen konzentrieren hier. Da kann ich nicht so viel Doofzeug labern. Aufregen tue ich mich trotzdem, wenn irgendwas passiert, aber... So weit, so gut. Wie ist es, wenn der erste Mal blau wird? Boah, leck mich. Boah, knapp. Ganz knapp. Blau, 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 blau. Ja! Ja! Hm! Sehr gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal ganz ein Stück näher dran. Ich weiß noch nicht, wer sowas... Nein, ich muss dringend... Okay, oh, jetzt musst du hier erstmal den Strom aktivieren. Jetzt waren wir hier natürlich auch noch hoch. Ja. Das ist... Zeitlich echt gut ausgelegt, wer das alle hier konzipiert hat. It's a control terminal for the warhead. You can open the cover of the warhead. Will you operate the control terminal? Yes. Oh, jetzt müssen wir jetzt da nochmal dran. The emergency interception mode is activated. Will you stop the program? Yes. The emergency interception mode has been deactivated. Sehr gut. Hätte ich gewusst, dass das nur fünf Minuten pack kaputt dauert. Hätte ich da doch in der letzten Folge noch machen können. Na gut, das sind jetzt achteinhalb oder so. Sind wir ja. Kein Problem, alles läuft. Ja, dann fahren wir auch wieder runter. Ganz gemütlich. Wir haben ja auch genug... Ich möchte die ganze Zeit, das ist total ätzend Seelen, sagen. Scheiß Dark Souls Spieler, ey. Dabei gibt es doch nur Punkte. Punkte, 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 Punkte. Oh, oh. 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 Ich würde sagen, nicht ganz ungesund. Äh, nicht ganz gesund. So. Attention. Missile destroyed. Warhead armed. Evacuate immediately. Evacuate immediately. Yo, an den Speicherpunkt. Ey, 40.000 Punkte gekriegt. Ja, ist doch... Noch keine neuen Waffen, okay. Recovery, wie sieht es denn da aus? Wir nehmen noch einen Mad-Am mit. Waffen, ja. Die machen wir natürlich mal wieder voll. Auf jeden Fall. Tool. Speichern wir natürlich nochmal fix. Ihr seht, wir sind schon fast bei sechs Stunden. Nein, wir sind schon über sechs Stunden. Krass. Ich glaube, das ist mein längster Spieldurchlauf für Dino-Process, den ich je irgendwann gemacht habe. It's a terminal which manages the data to the giant missile. You cannot see the water happening in the next room with the blaze of the fire. Ja, gut. Wir gehen aber einfach mal gucken, was hier so abgeht. Äh, eigentlich wollte ich da ganz gerne runter. Ja. Nicht mein X-Gedrücke ignorieren. Hier. Finde ich nicht nett. Tö. Weiß gar nicht. Habe ich die Anekdote schon gebracht? Äh, 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 nee. Ja, nee. Warum habe ich eigentlich die Waffe schon wieder? Ach so, weil wegen... Das müsste eigentlich dankbarer Gegner für diese Waffe sein. Ja, nee, da kommt einer von vorne und ich schieße, drehe mich zudem auf der Seite. Ja, ist ja brav, ja. Ich drehe mich zudem auf der Seite, ja klar. Ich krieg's doch nicht mehr frisch. Mir fehlt hier für dieses Ding eigentlich so eine Rolle, wo ich mich mal eben fresh mit wegdrehen kann. Da geht's nicht lang, okay. Dann wollen wir mal hier weiter latschen. Einfach drauf los bollern, was kostet die Welt. Hier kommen eh noch welche. Die müssen ja auch von vorne kommen, weil sonst sieht man sie ja. Ja, okay. Äh, Anekdote. Wie oft ich das Spiel eigentlich damals durchgespielt habe. Ich erzähle es irgendwie immer wieder gerne. Ich weiß gar nicht, wann rum überhaupt. Ähm. Äh, äh, ich hab das Spiel damals, so am Stück quasi. Ja, also ich möchte nicht sagen, dafür war ich noch zu doof und dämlich für so einen Speedrun. Aber, ähm, sag mal, ich glaube, meine beste Zeit dann aber natürlich im leichten Spielmodus war, ähm, bei knapp über zwei Stunden. Aber irgendwie hab ich immer das Gefühl, dass ich hier noch Sachen entdecke, die ich irgendwie gar nicht kenne. Äh, äh, okay. So, 8880 Punkte und wir kommen wieder zum Launch-Site. Hier brennt's hoffentlich nicht so sehr. Okay, Regina? Geh auf, schnell! Ich gebe mir einen Gehreit, Mann! Wir sind tot! Wir müssen so weit weg von diesem Ort, wie möglich. Lass uns den Rücken runterkommen. Riverside, in front of Watergate. Riverside, in front of Watergate. Great, the Watergate's closed. We can't go any further. Wait, there's a valve. Maybe we can open the gate manually. Whoa, let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Die tapferen Männer. Sie hat die Rakete und den Riesendino und die drehen das Ventil auf. Sie versuchen es. Well, David is opening the Watergate. Cover him using the gun on top of the guard tower. Schießen, falscher Knopf. Hier krieg ich da nur 100 für. Gibt's da gar nicht. Hier vorne sind irgendwie schöner. Wie? Und jetzt kommt keiner mehr, dass ich die Kommo nicht kriege. Ist das denn? Ja, von allen Ecken plötzlich wieder. Ja, lasst ihr wohl mal David in Ruhe. Ja, ob ich den wohl getroffen habe, da kriege ich ganz schmerzig. Warum drücke ich eigentlich? Der macht Dauerfeuer. Ja. Der da unten hat, ist ein kleines Arsch, der von rechts kommt. Ich will ja nichts sagen, ob obendrauf saß noch einer. Bingo, Dylan, lass uns zurückkommen. Watch out! Ich werde dich, bro! Ich werde dich, bro! David, du bist unser Bro. 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 Bro. David, du bist unser 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 Bro. Bro. Und, du bist unser Bro. ich weiß es nicht so aber zum glück kommen die dinos nicht mehr das ist natürlich relativ gemütlich dann zumindest da auf der seite kamen sie nicht ich bin jetzt mal optimistisch dass hier auch keine mehr kommen haben wir alle schon abgegrast quasi gerade einmal das wollen wir auch bedienen und dann hoffen wir dass das laserdöns da jetzt ausgeht und weiß ich nämlich auch nicht mehr weiter nein es ist noch an jetzt gibt mir wirklich so einen typ oder kann ich hier an dem ding ausmachen vor der laser statt die all four are active will die operator control panel jetzt danke ja ich sag ja das schlecht ist verteidigungsmechanismus wenn man die von außen ausmachen kann oh ich sehe gerade was hier jetzt lauert und was passiert und so weiter sehen und dann in der nächsten folge wenn heißt dino crisis 2 hier mit askanius bei liquid let's plays seid dabei ist bleibt spannend wir kriegen jetzt raus was hat für typen hier sind bis dann so you Untertitelung des ZDF, 2020